Ja, das sieht ja ziemlich gut. Ja, ja, mach es, mach es. Baby, ja. Boah, what the fuck? So. Toll. Ich sag Creeper. Oh fuck. Alter. Ah, Experience? Ja, nicht schlecht. Welche bist du, welche Level? Sechs. So lange war ich schon lange nicht mehr, also war ich schon lange nicht mehr hier bei Skyberg. Da kommen jetzt hier, Mann, du scheißdrecksvieh. Du scheißdrecksvieh. Ich kann ja mal durchrechnen, wie viele Blöcke wir bräuchten. Hallo. Hallo. Kann jemand mal runterkommen, bitte? Du vielleicht nicht. Oh, fuck. Komm, dich töte ich, weil ich will deine Experience. Haha. So. Theoretisch kannst du eigentlich auch einen Bogen machen, weil wir haben ja auch genug Pfeile mittlerweile. Ja, 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 naja. Ja. Ja, aber, nee. Da verbrauchen wir nur Strings und außerdem haben wir nicht unendlich Pfeile. Wir haben ja keine Gravel. Wir haben ja keinen Gravel. Ja, ja. Bogen sowieso. Und Federn haben wir genauso wenig. Ich glaube, da oben ist jetzt ruhig. Bevor die Spinnen da oben abhauen, geh ich jetzt mal noch schnell die Spinnenhunde. Riskiere nicht so viel. Riskiere nicht. Ja, doch. Muss mal. Muss mal machen. Das ist ein harter Job, Leo. Es ist hart. Es ist hart. Es ist hart. Es ist hart. Es ist hart, Leute. Aber ich versuche, mein Bestes. Okay, ne? Ja, ja. If nothing happened, people would cry. I would cry if I doesn't make my job. I know it. And that's why I'm the best. If I doesn't. If I doesn't. Das ist falsch. He schiebt ein Esmus in it. And not with I. Das ist jetzt mein selbstgeheimnis. Ja, das ist meine Esel's Brücker. Ja, das ist Leo. Leo is a Leonhard. So, I don't like. I don't like. Yes. You can't do anything wrong. Because he would appreciate. No. He will. Oh. Oh, hello. Yeah, that's right. I'm Jack the Hunter. And now I'm killing the spider in front of me. Yeah. And now she drops a string. Hey, what's up, guys? Oh, I have no eating in my dickdarm. And that's why... Stomach. How does it mean? Magen? Stomach. I have no eating in my stomach. Yeah, that's why... Stomach. That's why... Oh, what he is making? What is he making? He's making a new platform. I make the crown for the mushrooms. For the mushrooms. Yeah, that's cool. That's very cool. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. She's building. She's building. No, not she. She. Do you want to have some kicks in your face? No, no, no. It's okay, yeah. Stay cool, bro. Stay cool. A mushroom is five mal five. Five mal five? So, yeah. Yeah, he's trying it, yeah? You see, he's building. Very cool. Very cool. Very cool guy. And I like to work with him, yeah? Wow! Yeah, he's crying sometimes, but it's okay. It's okay. It's a massage. He's crying sometimes, but it's okay, okay? So, just respect him. Just feel with him. Because he's so right. It's all right. It's all right, yeah? It's all right. It's cool, yeah? Stay cool. So, uh, I'm not trying to, uh, get more items, but, yeah. I'm trying to, uh, yeah. Place, uh, the, the, the Erde, please. In the middle of the... Place the dirt, yeah. What, what, what dirt? Ich habe noch nicht Dirt. Also, ich nehme die Getreide-Farm. Warum? Ah, du denkst du kannst... ...billen? Nein, 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 nein. Das funktioniert nicht. Nein? Das funktioniert nicht, weil du nicht genug Platz hast. Du hast nicht genug Raum. Du hast nicht genug Raum. Ja, Raum. Oder Raum. Ja, ich komme auch. Ich komme und würde mir sehen und schaue und schaue. Du hast nicht... ...regretten die Spiele. Regretten ist etwas anderes. Ja, ich komme auch. Es ist noch schwierig. So, ja. Ich versuche, mehr Level zu erreichen. Ich bin sehr hoch. Ich bin jetzt auf Level 7. Ich bin sehr hoch. Oh, ich bin sehr hoch. Das ist die Gäge. Okay, Language. What to use? Das ist die Gäge. Hi. No, ich will nicht. Ich bin nicht mehr. So, ja. Now, ich bin die Strings in die Box, ...because ich will nach dem Nether. ...if I can use some of these stuff in there. And, ja. We tried. Now, it's making wobble and wobble. So, ja. It's nothing... ...in here. ...but we have an extra chest. Do you want to take the chest or what? Yeah. Okay. So, for what? We have enough wood? Yeah, it's okay. But, it's... Millions of... ...it's godgiven to you. It's godgiven to you. Hey, Yuga, you haven't tried it. I thought you tried it with the mushroom. No. No, you haven't the space. I... Just try it. No. You know, it's... ...it's very large. Large. Hey, come on. The mushroom is five per five. Big. No. And the space is five per five, ...and the roof is five per five. Yeah, yeah. No, 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 no. Hey, we have one more melon. Yeah, it's cool. It's pretty cool. So... Yeah, you don't... Ach so, du hast... Ach, jetzt verstehe ich warum. Du hast, äh... Ja, toll. Ich dachte, du machst das hier irgendwie als Wende und ziehst die Wende hoch. Aber das wollte ich eigentlich auch noch machen. Aber versuch's erstmal so. Also hier steht durch einer... Ja, so würdest du gehen. Ja, einer meinte... Einer meinte, da wäre ein Dach. Er hat nur ein Dach drüber gemacht. Acht Blöcke hoch, drüber, und dann hat das funktioniert. Probieren wir's mal. So, we tried it. And did you build some cobbles under the other cobbles? No, wait, I can't build it. Because if you, uh, if I place the dirt, the dirt will fall down if I break it. Ja, ja, wait, wait a minute. Just wait. Ach so, now... You have a problem now. Guy, you have a problem. No, come on. Shut up and let me go. But you can build one up. So. Okay, I... I put my... All my stuff... Go to the right. Back, genau. You can... Take water, and... No, shut up. Use the water. No, I have the water. Come on. Shut up and let me work. Not... Not... No, go not into this because I just put it there. Yeah, it looks... It looks pretty nice. Ah, fuck. I put the... The eimer dahin. So, ich muss alles so da sammeln. That's so scheiße. It looks pretty cool. Yeah. I need a screenshot of that. Yeah, it looks... Yeah, pretty good. Yeah, yeah. Do it. Just do it. Baby. Yeah. Woah. What the fuck? Oh, it looks so... Bright in my eyes. Okay. Woah, 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 woah. No. Fuh! I put it on the wrong place. No, mom. I need my pickaxe. No, 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 no. I do it for you. I do it. Shut up and just do it. Yeah. I said extra, I'll do it for you. Okay, I come down, I go down. It's really dangerous to work here in this high place. No. Oh shit, that was... You have to have one behind it. I know. I know. I know what it was. Wait, wait, did you get it out? Yeah. Okay, wait, 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 wait. Genau. So. Hold it. So. Ja, it's going. Komischerweise, here. Wieso das auch immer jetzt hier geht, keine Ahnung. Okay, dann bauen wir noch den Rest ab. Ich nehme den Eimer Wasser. Toll, ich habe jetzt so viel Wasser dabei. We have interesting shit on this side. Wieso nimmst du mein Zeug? I just use the bone, guy. Come down. Because now I have bone meal. Yes. Go out the way. Go out the way. Just break this. Yeah, you do it right. So, the mushroom is away. You know? I don't know why. But I have it. I run over it. Go away. So, it doesn't work. What the fuck? What is Minecraft doing with us? It's just kidding. Do you? Use water. Use water. Do you know? What is here? If you used water over there. There. And if water was there, I can place the mushroom. Yeah, look. And now? And now, just do this. What the fuck? What the hell? We got it. Yeah. Bro, so, now. We're going to do it now. What can I say? I think the most have already been on. Yeah. Also, for the rest of the 92 people, who are here, we have done it. We have done it. It's really incredible. Okay, good. So, we're going to do this thing. The milk is just a little more. What happens when we're the milk up? Then, we're going to do it again. Then, we're going to do it again. 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 nebengetan haben so funktioniert das war sehr gut doch jetzt funktioniert guck nicht drauf laufen ja aber mach doch mal weg mach mal weg ich verstehe die welt nicht ja die sonne kommen die sonne steht da und der schatten macht jetzt ja klar das macht schatten darauf und jetzt war das ist der andere genau ach der ist ja komisch okay baust du den ab hier ich gebe dir noch den anderen na wo ich brauche den anderen geben kann ich mal durch ich mach mal das plateau noch größer damit es drunter fällt so ich kann hier schon mal ein paar suppen machen weil ich werde mich jetzt auch wieder auf schlachtungsmissionen geben hey genau wenn auch mal dass das feld größer ja warte mal ich habe auch keinen anderen pilze nicht dann machen wir eben ich habe ja noch was mehr der brote der blut erwarte ich habe noch da müssen wir noch ein paar fackeln hinstellen da oben beim treiben aber die melonen werden auch nicht reichen einer noch einer mensch das ist ja wirklich eine super super geile sache hier ich hab nur nicht genug koppels ich brauche mal so einen anderen pilze ja warte ich habe zwei bis jetzt aber erst drei vier fünf sechs worte ganz kleinen moment noch behalten also jetzt habe ich sieben wenn ich eine oder zwei neun neun habe ich wie viel willst du haben ne mit der hälfte fünf hast du so dann brauche ich mal ein paar koppels ab dann kann ich nichts plateau fertig bauen was müssen wir noch machen wir müssen noch irgendwelche missionen haben langsam aber doch eigentlich alles oder am bett sollte man vielleicht noch machen wäre nicht unpraktisch da müssen wir nur noch killen genau das ist jetzt unsere große aufgabe stimmt einfach nur killen naja wir müssen aber zum beispiel auch im bett ist ja naja das ist es ja wir müssen killen um spinn zu killen um spins strings zu bekommen um du kannst pilze auf holz setzen ja wachsen die dann auch groß ne war die könnte nicht groß war ich glaube das liegt echt irgendwie an daran dass du ne ich weiß es echt nicht keine ahnung warum das so ist aber auf jeden fall muss der pilz im schatten stehen mit deinem shatter mod siehst du das am besten ich sehe das ja bei mir nicht ich habe hier kein shatter mod drin ach so na gut dann nicht aber im shatter mod würde man es genau sehen wo immer der schatten hinfliegt da muss man halt gucken wo die sonne steht war jetzt gerade vorne hast ja merkt die sonne stand am horizont und ging gerade unter und dann habe ich den stein den stein da rechts daneben gepackt und dann hat das sozusagen einen schatten darauf geworfen oder so wegen dem anderen richtig alles ist causal ketten ist ja alles hat miteinander zu tun alles verkettet vernetzt hast du bauen mir nein da muss ich mal gucken ob wir knochen haben alles in der kiste genau so hier sehe ich schon kreiberbeeren ach so da stelle ich mal fackeln hin oh ja ey lol hier ist ein scheiß loch noch ich komm gleich was auch immer welches loch du meinst aber er hat du aufgemacht dass damit wir hoch können ach so ja das muss man weg ich habe jetzt keine dings mit dann pack irgendwas rein was du auch was haben nein ich hab du schießpulver pilzsuppen die pilzsuppen stoppen das nicht das schaffen die einfach nicht wo 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 komm stirb du scheißvieh jawohl zwei strings und auch meine spinne bittes bittes ganz viel spinnen oh ja komm herr du klein ich komm gleich du wecke bitch wir haben auch hoffen wir sind mal ohne weiter alter fuck it fuck it fuck die shit ich komme baby also die sind ja wirklich schlau geworden die viecher